Das ist alles gut, ich mag mein Leben wirklich sehr. Aber jetzt gerade ist irgendwie so viel, um das ich mich kümmern muss und organisieren muss und auch alles parallel zu allem. Natürlich, alles andere wäre ja auch wirklich langweilig, nicht wahr? So, und bevor ich quasi vom Abend erzähle, gucken wir erstmal, wie der Tag ab dem Morgen war. Hier ist die Tageszusammenfassung. Guten Morgen um 10 vor 5, Herr Hund und ich. Herr Hund und ich sitzen im Auto und starten jetzt in den Tag. Als der Wecker heute Morgen ging, ich habe ihn, glaube ich, beim 4. oder 5. Mai gehört. Heute wollte ich meinen Körper weiter strafen. Aber wir sind wach, wir sind fit und komm, wir schießen den Sender auf. Ich hasse es ja, bepackt zu sein wie ein Mooney, ne? Ja, ja, jeden Morgen. Rituale, ich sag's euch. Und nein, es ist keine Wiederholung von gestern. Also nicht die Aufnahme von gestern. So, und wisst ihr, was das heißt? Es ist Zeit für den Kaffee, 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 Kaffee. Ich hatte heute nämlich noch gar keinen, weil ich zu Hause gar keine Zeit hatte. Wir haben noch keine Zeit. So, 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 so. Wo ist sie, 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 wo ist sie? Nehmen wir die. So, und während der Kaffee durchläuft, heiße ich hier in der Redaktion mal ein bisschen die Fenster auf. Es ist warm, es ist schwül. Von den unwichtigen Dingen aus dem Leben der Anna T. Jeden Morgen mache ich vernünftig Brot für die Arbeit. Und für meinen Mann mache ich tatsächlich auch so ein Ding und muss immer an die ganzen TikTokerInnen denken, die das so richtig zelebrieren. Und die, uh, da bin ich raus, ne? Es gibt Brot und fertig ist die Kiste. Kaffee ist fertig. Es ist halb sechs. Ich starte dann mal und bereite die Nachrichten vor. Viele Grüße aus dem Dschungel. Die Hunde, die Hunde. Ob die Mettmänner wissen, wie schön sie es haben, dass sie einen Stadtwald haben? Ja, ich glaube schon, dass sie es wissen. Guten Abend um zehn vor neun aus dem Buchbarstudio. Ich komme gerade vom Sport und mein Kreislauf ist so hoch gepitcht und gepusht noch, dass ich gar nicht auf den Gedanken komme, bräuchte, mich ins Bett zu legen. Und darum nutze ich die Zeit und bin nochmal ein bisschen im Buchbarstudio. Gleich halb elf. Ich bin immer noch in der Buchbar. Ich habe ein bisschen Hunger gekriegt jetzt. Eigentlich überhaupt gar nicht meine Zeit zum Essen, aber alles durcheinander, weißt du? Und ich habe ja für meinen Mann, der hat morgen, also wenn ihr das Video seht heute, Geburtstag, und wir grillen und habe ich einen Nudelsalat gemacht, den koste ich jetzt quasi vor. Zehn vor elf und ich habe gerade gesehen, bei Instagram gibt es ein Filter, welcher Disney-Charakter bist du? Und obwohl ich mit Disney wirklich nichts am Hut habe und kaum Filme irgendwie von Disney gesehen habe, mache ich den jetzt mal? Habt ihr schon Ideen? Na, was meint ihr? Welcher Disney-Charakter bin ich wohl? Wem sehe ich ähnlich? Okay, ich bin gespannt. Also, wer ist mein Disney-Twin? Ich weiß gar nicht, ob ich es wissen möchte. Aha! Wer ist das? Wie mehr ist das? Und heute Abend ging es ja noch zum Boxen. Am Dienstag ist es eigentlich nicht meine Boxzeit, von 19 bis 20 Uhr. Und nach einem langen Tag, nach der Frühschicht, war ich, habe ich gedacht, komm, nächstes machst du Powernap 20 Minuten. Und höre bei YouTube immer so, was ist denn das, Meditationen, Einschlaf, so Sachen. Und habe mir auch den Wecker gestellt zur Sicherheit und bin dann um, ich müsste nochmal nachgucken, wenn ich der Kerstin geschrieben habe, bin, glaube ich, so um Viertel vor sieben aufgewacht. 20 vor sieben, viertel vor sieben und ungelogen fünf Minuten später saß ich im Auto und bin nach Felbert gefahren. Und, ähm, ja, mein Körper findet das gar nicht so geil von null auf tausend innerhalb kürzester Zeit. Ja, das Boxen hat den Kreislauf gepusht, möchte ich sagen. Darum bin ich jetzt auch immer noch recht fit. Und, ja, aber Boxen und der Sport, ich weiß, ich sage das immer, ne, das ist so toll. Aber was halt daran toll ist, ist, dass ich einfach die Änderungen in meinem Körper merke. Ich, ähm, kann wieder Dinge, die ich nicht, die ich einfach verlernt hatte, die mein Körper nicht mehr konnte, weil ich zu ungelenk und, äh, zu viel Gewicht dafür irgendwie da ist. Und irgendwie mit jeder Woche kann ich immer wieder ein bisschen mehr. Und das macht mich wirklich, es macht mich stolz. Und das freut mich so unfassbar, weil ich so viel Spaß an der Bewegung habe. Und mit dem Boxen habe ich einfach einen Sport für mich gefunden, der einfach passt wie die Ha-Ha-Faust aufs Auge. Nee, aber da kann ich mich auspowern und das bringt mir innere Ruhe und inneren Frieden. Und, ähm, das ist großartig, dass ich das gefunden habe und dass ich dieses große Glück habe, dass das Studio von Silke Kajadehlen ums Eck ist. Also 10 Minuten mit dem Auto, 15 Minuten, also je nach Ampelschaltung. Und dabei geht es ja gar nicht darum, irgendjemandem in die Fresse zu hauen, entschuldigt, wenn ich das so sage, aber das ist es ja gar nicht. Also das ist ja einfach, es ist ein Sport. Tatsächlich ist es aber so, dass mich das nicht reizt, Boxsport zu gucken, weil da würde ich dann auch nur sehen, dass sich irgendwie zwei aufs Maul hauen und, ähm, sich verletzen. Und ich finde das ganz unerträglich, wenn Menschen sich gegenseitig wehtun. Ähm, aber Boxen, Fitnessboxen, großartig. Ich bin so dankbar, dass ich das gefunden habe und dass es mir so viel Spaß macht, wie ich es erhofft habe. So ist das mit dem Boxen und mir. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, wann immer ihr dieses Video seht. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag.